De Libero Arbitrio ist eine Schrift des christlichen Bischofs Augustinus von Hippo, die in drei Bücher eingeteilt ist, die 387 bis 9 in Rom und ca. 391 bis 395 in Afrika verfasst wurden. Thema ist die menschliche Willensfreiheit. Augustinus begann das Werk als Teil einer antimanichischen Serie von Schriften und argumentierte zugleich partiell gegen den Skeptizismus. Im ersten Band wendet der Autor sich gegen den Determinismus, indem er das Streben nach einer Antwort auf die Frage, ob Freiheit existiert, selbst zum Argument erhebt und zur Vorbedingung von Wissen macht. In Teilen des zweiten und im dritten Band arbeitete der Autor eine Begründung der Existenz Gottes aus. Belege David T. Roberts August Heinz Early's Treitens in The Journal of Religion, Band 33, Nummer 3. Juli 1953 s 161 bis 181 s 175. Henry Chetwick Augustinus von Henry Chetwick Augustinus von Francis Margaret Young, Levis S. Andrew Lauts, The Cambridge History of Early Christian Literature, Cup Cambridge 2004 s 328 bis 341 s 330 bis 331. Augustinus von Henry Chetwick 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 Augustinus von Henry